Ich habe ein Dorf der Taichigut im Norden gesichert. Vielleicht können wir die Einwohner überzeugen, es zu folgen. Kutschlurk ist unser Gast. Es wäre ehrlos von uns, ihn fortzuschicken. Es ist Jinkis Khan. Wir müssen fliehen. Rauscht um euer Leben! Hm? Warum? Oh, das ist der erste Wettbewerb. Der zweite Wettbewerb wird auch in der ersten Wettbewerb. Oh, das ist der erste Wettbewerb. Das ist der zweite Wettbewerb. Das war's für heute. Das ist die Rache des Groß-Kahns. Genghis Khan weiß, dass es noch an...